Ich glaube, das ist die Reaktion. So wie gesagt, nein, es ist kein Herr der Ende des Kaufmanns, wir haben hier zu arbeiten. Da waren vier Autos gleichweilig in der Mache, die da hochgewogen waren, feilremotiert waren, traumhaft und so weiter, um sich in den Reaktion mitzumachen. Und ich muss an der Stelle mal sagen, es ist für uns wunderschön, dass die Tiefen so engagiert arbeiten, dass praktisch durchgeschraubt wird, dass eben die Schreien, die wir trotzdem gucken, um die Entschuldigung, um die Entschuldigung, um die Entschuldigung, um die Entschuldigung zu machen, damit wir heute hier abholen können und eben nur sich auch bei der Konsequenz zu machen. So wie gesagt, das ist die Entschuldigung, um die Entschuldigung zu machen. So wie gesagt, das ist die Entschuldigung, um die Entschuldigung zu machen.